Ich bin Seebube, gehe allerdings auch gerne wandern und sonst verbringe ich natürlich gerne Freizeit mit Freunden und mich grillen sehr gerne miteinander. Mein Name ist Hannes Schwarz, ich bin CEO der Iferlo AG. Gestartet habe ich im Bereich Performance Marketing, bin rund ein Jahr dort gewesen. Ich bin nachher noch weiter ins Controlling gewechselt, bis jetzt zum Leiter Finanzen und dann jetzt in zwei Jahren in der Rolle als CEO. Also, was ich sehr schätze, ist die offene Kommunikation, die bei uns herrscht, die intensiv Vertrauensbasis, die wir haben. Das zeigt mir das Herz wiederum von den Mitarbeitenden EBVs für die Firma Schlotten-Mis und so kann man gemeinsam sensationelle Ziele erreichen. Ja, die Zahlen sprechen zu mir. Das geht am Morgen los im BI, direkt nach dem Aufwachen und zieht sich eigentlich bis zum Abend in. Und dann geht es relativ zügig bereits in die ersten Termine. Klassisch zum Beispiel am Dienstag ist der Vormittag reserviert für GL. Am Nachmittag habe ich dann noch ein, zwei Schuhe fixen grundsätzlich. Ich schaue natürlich, dass ich auch immer wieder Pause habe, dass ich mich mit der Produktion verständigen kann. Ich bin sehr gerne in der Produktion unterwegs. Ich habe sehr gerne den direkten Kontakt zu den Mitarbeitenden. Iferlo ist mein Leben in diesem Sinne. Also, es hat angefangen als kleines Kind und ist seither sicherlich der intensivste Begleiter, den ich in meinem Leben habe. Wir sind immer auf der Suche nach talentierten Leuten, insbesondere in dem Bereich Marketing und Softwareentwicklung für den Standort Zürich. Mir ist der kulturelle Feed wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass man mit dem deutlich mehr anbringt, als mit reiner Fachkompetenz.